Dieser Ford Ranger ist hier zum Verkauf angeboten. Der blaufarbene SUV ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 39.000 km. Die Erstanmeldung war Ende 2012. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Anhängerkupplung, Einparkhilfe, Partikelfilter, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, und vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Allraddiesels überträgt eine Leistung von 150 PS. Der Onlinepreis des Wagens beläuft sich auf 22.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Aufs Vielen Dank.